hallo und herzlich willkommen hier zweite Folge hier auf dem Arsch jetzt wird gerade Zucker verkauft beim Needle das müsste ja gleich hier vorne sein um die Ecke hier um die Ecke links gerade gesehen die Abfahrer für Hopfen machte Pause im Graben da muss man gleich mal ranfahren bevor ich zum Schlachter fahre und da guckt da ein Fleisch ist um mal richtig Zaster zu verdienen weil ich hab mal geschaut Röbenroder mit Schneidwerk da brauche ich ja mindestens drei von oder vier das große Feld auf jeden Fall vier da muss man zusammen kommen sag mal so ne der Zocker bringt nicht so viel ein da wackelt nur die erste Reihe das sieht nicht gut aus dann kann ich gleich hier bleiben weil das die erste Reihe der Palette bringt nichts kann ich gleich aufladen sobald er die erste Reihe hat ja normal bei Tüten aber das sind solche Säcke muss ich bitte dichter ran fahren da war nicht ganz drinnen gewesen ein Trigger so jetzt haben wir aber alles hoffe ich jedenfalls zurück zurück der 1050 hat eine ah hier unsere Gärreste der kann da gerne stehen bleiben das macht nix weil heute ist letzte Folge und dann nächste Folge kann ich entsprechend anders einstellen für Feld 5 oder so so jetzt fahren wir ganz schnell Richtung Feld 6 und 5 da wir in Fett gesehen der im Graben war Pause machen das ist nicht geht nicht so da warten muss um zwei so merken der LKW ist beim Baumarkt ich hab das letzte mal komplett vergessen gehabt jetzt kommt er raus einer kommt raus ok da hat sich auch verabschiedet der Fahrer sonst kämpfen die sich eigentlich durch ne dann ist Feld 5 hier befinden uns auf Feld 5 du fährst wohin du fährst wohin du fährst wohin du fährst wohin oh die Brücke hat er genommen wahnsinn ich dachte schon durch den Graben doch Feld 6 ne guter Mod macht ein bisschen Schwierigkeiten teilweise aber liegt eher an der Einstellung so das sollte jetzt auch klappen das ist ja ein krampf manchmal so äh LKW bist du an am Ende ja fleisch verkaufen damit für die 2 Millionen vom King 2 2 1 halb da fährt er über den Baumarkt holger warst du doch eingefahren bei der naja gut die KI ist ungründlich das soll in Zukunft sein ohje so in meinen Waren haben wir mehr als genug aber leider sind die Preise überall im Keller da hat das ganze Problem bei wenn wir überall ein bisschen verdienen würden ein bisschen mehr dann könnten wir auch mehr Nebenprodukt sicherlich rauf ne Wurst Leder Neerpaletten, Kartonpaletten äh äh blocken 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 gerste sicherlich die Brauerei voll aber das soll uns nicht stören äh darf gerne ein bisschen verarbeiten heute denn wenn ich nächste Woche anfange kann man den Rest abladen und dann kann man umklaucht weizen das ist vollkommen ok kann man sagen wir haben die Brauerei vielleicht dieses Jahr mal richtig gut versorgt ne also jetzt haben wir überhaupt schon noch im Flager äh eingebracht ich will mal schauen dass ich dieses Jahr ohne zukaufen auskomme so Nebenprodukt hm wo ist das Leder Schweins Nebenprodukte am Hafen das ist naja kein Riesenpreis aber immerhin ne in die Ecke so alle beide es gibt's doch gar nicht das kann's doch nicht sein denn im in 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 also die greml jetzt nicht zu schütten deswegen wundertprozentig ne doch nicht einer ist hier verkehrt weiß ich genau so auf dem hafen da wird das nix hier da kriegen wir nix fertig wenn wir die dauerung überall wir sollen doch mal alleine arbeiten und überhaupt ein ball fertig ist oder bei sechs die sind abgeschlossen dann können wir nächste woche ruhig mal fangen feld zehn mit zwei geräten kann man da mal anfangen beziehungsweise eins da waren wir eins und in derzeit ruhe das feld 10 machen wenn es schon geht dann werde ich sehen dass ich da noch geld verdiene für die nächsten geräte muss ja verdammt viel rentieren zucker naja so machen wir das so ne das sieht gut aus die hinteren zwei nicht ne so gibt's doch gar nicht ne die vorderen zwei wir nicht oder die erste Reihe nicht das ist berühmende technik dann brauchen wir zwei stück schwarz also ein feuerrot haben wir nicht so ein metallik empfohlen da haben wir nicht da mieten nicht das ist teuer auf der schwarz aber zwei geräte haben wir gelten zusammen aber viel schweinefleisch war nicht gewesen so wachen wir es ab wie gesagt das kann man da vorne auflegen im gewicht rüberfahren junge das musst du so machen hier nicht der kurze weg ist gut der lange weg ist gut nicht nur ob die KI beibringen mitzulehren ne aber aber ich glaube das ist noch nicht so weit dafür reicht die Rechnerleistung nicht aus ein kern zu wenig ja ich bin ja froh dass Blümfeld vielleicht groß ist ne da kann man wenigstens sagen okay da ist die Gefahr nicht so groß so ist der Hahn unterwegs jo da werde ich mal ganz kurz eingreifen zumindestens der ist ja fast fertig der ist ja fast fertig äh klappen wir heute noch da werden beide auf 6 hinschicken her und da weiter machen lassen oder ich werde da aktiv abfahren da ist vielleicht mal die bessere Lösung überladen dass die Nubelstrecke abfahren aber das ist immerhin der blauer ne heute war drüben ja da kann repariert werden und aufgetankt ne aber er wird schon Sonntag übrigens ne ja ja hier im Spiel das letztlich so läuft aber hier bei den kleinen Feldern ist die immer riesig groß äh 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 das ist dann so schlumm hier auf dem Feld mit dem Abrieb haha ist ja nicht schlecht ne also der Reifen also rein optisch gesehen dreht sich der kleine Reifen stärker wie der äußere ob das jetzt vom Mod kommt also rein optisch gesehen also weil der sich durchdreht ne so da sind wir so nicht schon aber das soll es auch schon für heute gewinnt sein für die heutige Sonntagsfolge ich wünsche noch alles schönen Rest Sonntag äh kleiner Hinweis um eigener Sache 14 Uhr und 15 Uhr kommen noch zwei Folgen jeweils äh von der äh Thüringen und von der Kettle & Cops äh wer Lust und Laune hat ne mal einfach kleiner Hinweis äh muss ja in die Reune sein mal reinklicken oder so ne mal gucken wer es interessant findet kleinen Kommentar dazu ne und fertig ist schonmal danke dafür ansonsten wäre doch schön Sonntag tschüss und tschau ja morgen geht es hier weiter Montag die Hopfenernte ne oder eine Abfahrer ist irgendwo ich werde dann morgen entsprechend äh auch abfahren ne aus tschüss tschau tschau und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss